Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind als Killer unterwegs. Es ist Dienstag, wie sollte es anders sein? Und zwar sind wir der Geist. Und ihr seht, wir haben da ein verfluchtes Totem stehen. Ich habe Ruin dabei. Ich habe Charnata dabei. Und ich habe es vermasselt. Ich habe Nerd dabei. Ich hätte mir den Bill einfach greifen sollen. Ich habe es wirklich verdattelt. Okay. Oh, mein Mauskabel hängt. So, jetzt nicht mehr. Es läuft ja heute. Super. So, siehst du die Palette? Dead Hard. Okay, die Palette ist weg. Ich würde sie jetzt gern hängen, muss ich halt sagen. Ich müsste mich rein theoretisch verhüllen. Dann bin ich schneller. Hier kommt jemand gerannt. Puh. Sorry, mein Mauskabel stört mich grad. Ich glaube auch, dass es entweder SWF-Truppen sind oder... So. Das ist wirklich in der SWF, würde ich sagen. Die haben auch ganz komische Namen. Blendest du mich gar nicht? Mensch. Und nochmal blenden. Ich glaube auch... Ich will noch nicht zu viel... Meckern oder so. Aber ich glaube, das Matchmaking ist auch nicht... Nichts so perfekt. Ich finde halt auch im Feld niemanden, ne? Was kommt noch dazu? Ich bin mega blind im Feld. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also Ruin ist auf jeden Fall weg. Okay, jetzt wollen sie anfangen zu trollen. Weil, ne? Warum sollte die Meck jetzt hier so offensichtlich rennen? Okay, danke. Das ist super nett. Das nehme ich als Geschenk. Vielen Dank. So. Ich bin halt irgendwie noch nicht so ganz... Äh, auf der hier. Nehme ich die Kate nochmal. Schade. Schade. Mein Mauskabel. Ich bleibe immer an meinem Laptop hängen. Die ist weitergerannt. Ich hab hier gemerkt, dass da keine Palette mehr ist. Das ist zum nächsten... So. Jetzt hab ich das gemacht, was ich bei anderen hasse. Ich hab sie einfach eingesperrt. So. Zinn will die nächste Palette nutzen. Ich hänge schon wieder mit meinem Mauskabel. Ey, das... Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber ich muss meine Maus immer in die Luft schleudern. Okay, das war... Glück für mich. Ich weiß nicht. So. Alles mehr. Sprintboost. So, Yui. Zeig dich. Du bist hier. Ich hör dich doch. Ja. Juhu. Ich muss mich jetzt echt... Ich mein, die Runde, die ist... Die ist verloren. Aber... Ich kämpfe um jeden Haken, den ich kriegen kann. Die Generatoren sind halt auch... Eins, zwei, drei. Ja, relativ weit weg jetzt von hier. Da ist niemand dran. Die sind bestimmt sofort wieder retten. Den Bill hatten wir noch gar nicht. Den Hit nehme ich auf jeden Fall mit. Hier war noch jemand. Hier war noch wer. Bill ist nämlich hier hinter gerannt. Die haben sich... Huch, das war jetzt aber auch... Ein glücklicher Schlag. Aber ich habe das Totem tatsächlich gehört. Also... Ich habe nicht das Totem gehört. Ich habe gehört, wie jemand das Totem gemacht hat. Ich möchte sie gern kriegen. Ich weiß, ich könnte mich verhüllen. Dann wäre ich schneller. So. Du mit deiner Taschenlampe, ja? Hat dir jetzt auch nicht viel gebracht. Ich werde ein bisschen salty. Aber... Haben sie doch nicht anders verdient. Noch habe ich auch Nöt. Also... Da ist mein Nöt-Totem. Am Ausgang. Das ist jetzt nicht so cool. Oh, das ist sogar das, wo Bill dran war. Kann das sein? Okay. Okay, da wurde gerettet. Es wäre cool, wenn ich jetzt die... Kate nochmal kriegen würde. Weil Kate wäre, glaube ich, tot. Genauso wie die Yui. Erste Kate. Und... Na, Mensch! Was wird das denn hier? Ich nehme mal die Mech zuerst. Weil ich weiß nicht, ob die Yui die Size of Strike hat. Da rein theoretisch ist die Zeit ja noch nicht rum. Egal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Kein Decisive Strike. Yui ist, glaube ich, tot. Das heißt, die anderen, die werden jetzt auch rausgehen. Ja. Immerhin! Ich habe noch einen Kill bekommen. Die Runde lief echt nicht gut. Ja, Mech. Okay, vielleicht hat sie noch einen Strike, oder? Sie würde sonst nicht so provokativ hier... ...pfeilen. Nein! Dann haben wir noch einen Kill! Mein Nöd ist mittlerweile auch weg, übrigens. Ihr habt den Knall wahrscheinlich auch gerade gehört. So. Da hat sie aber jetzt Glück gehabt. Den gibt sie mir sowieso nicht. Ich glaube, den gibt sie mir. Ach, schade. Die Kate, die wäre auch tot gewesen am nächsten Haken. Ich war ein bisschen durch den Wind. Ich habe das nicht so gut gerade hinbekommen. Oh, what? Hallo Matchmaking! Ich sag ja, das war eine SWF. Deswegen ist hier gerade so ein komisches Mischmasch im Rang. Sie schreiben GG, vielen Dank. Ich weiß aber nicht, ob das für mich gemeint ist oder für ihre Mates. Keine Ahnung. Ich habe zwei Leute umgebracht. Eine davon sogar in Rang 2. Ich bin sehr glücklich. Und es gibt nicht immer nur perfekte Killerrunden. Ihr habt es hier gesehen. Ich war teilweise unkonzentriert. Teilweise war ich ein bisschen unlogisch unterwegs. Ich war teilweise blind im Feld. Aber so ist das. Aber ich zeige euch die Folge trotzdem. Weil so kann es genauso laufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und nächsten Dienstag gibt es die nächste Killer-Folge. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020